In der Nacht auf Dienstag hat die Erde im Raum Neunkirchen mehrmals heftig gebebt. Die größte Erschütterung um 0.57 Uhr hatte laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik eine Stärke von 4,4. Seit 1 Uhr und 5 Minuten kommt es dann in der Region Neunkirchen und Wiener Neustadt zu rund 20 Nachbeben, die eine Magnitude von 1,5 bis 3,2 erreichen. Um 7.16 Uhr in der Früh ist ein Nachbeben mit einer Magnitude von 3,2 spürbar. Die Erschütterungen sind bis nach Wien, Hollerbrunn, ins Burgenland und nach Salzburg zu spüren und reißen viele aus dem Schlaf. Doch am meisten wackelt es im Epizentrum im Ort Neusiedl am Steinfeld. Neben tausenden Wahrnehmungsmeldungen gehen bis Dienstagfrüh vereinzelt auch Meldungen über kleinere Schäden im Bereich des Epizentrums ein. Typisch seien etwa Risse im Verputz. Wenn man die Wiener Twitterer liest, ist Wien knapp dem Untergang entgangen. Noch in der Nacht erreichten die Hashtags Erdbeben und Earthquake auf Twitter Spitzenwerte. Tausende Betroffene berichten davon, wie sie die Erschütterungen erleben. Auch ORF-Moderator Armin Wolf teilte auf Twitter mit, Wow, das war gerade das stärkste Erdbeben in Wien, das ich je erlebt habe. Eine Userin schreibt, um 0.57 Uhr hat es ordentlich gerumpelt, als helden Poltergeister am Bett gerüttelt. Johanna G. aus Breitenau wohnt nur einen Kilometer vom Epizentrum entfernt. Es hat stark gerumpelt, aber es gibt keine Schäden. Das Erdbeben vom 30. März war stärker. Man hat dann das Thema mit Wiener unterschiedlich. Das Erdbeben vom 3. März das Erdbeben vom 4. angles Wirken vom 3. März. Hecht mit 12. März und 5. März ist das Erdbeben.